Der Masked Singer 2021 geht ins Finale. Wer steckt hinterm Dinosaurier? Wer macht die große Show im Flamingo? Welcher Popstar steckt im Schildkrötenkostüm? Und wer verzaubert als mystischer Leopard mit seiner Stimme? Ein Meister der Tarnung. Wird sich die majestätische Raubkatze im Finale wieder in voller Pracht zeigen, auf die Bühne schleichen oder auf einem Sitz thronend ins Studio getragen? Ist das alles echt oder einfach die perfekte Illusion? Nur bei seiner Stimme lässt der Leopard keine Fragen offen, die ist einfach unbelievable, regawee, und zieht die Zuschauer von Woche zu Woche in ihren Bann. Aktuelle Tipps von Community und Rateteam, Ute Lämpe, Namika, Kassandra Steen, Jona Zimmer, Sarah Connor. Wir legen uns fest auf Kassandra Steen. Ihr Gesangsenglisch ist perfekt. Zu Hause wurde nämlich nur Englisch gesprochen. Mehr dazu unten, sie sitzt vorzugsweise, weil sie mit 1,87 Metern als Popsängerin überdurchschnittlich groß ist und sich allen dadurch enttarnen könnte. Punkt besondere Merkmale des Leoparden, Gewicht, 10 Kilo, Zeitaufwand, 200 Stunden, damit das Fell schön funkelt, haben wir es von Hand mit einzelnen Bayetten beklebt. Auf jedem schwarzen Fleck sind schwarze Bayetten. Auf jedem gelben Fleck sind gelbliche Bayetten. Das war sehr viel Handarbeit. Maskenbauin Marianne meine das ist Kassandra Steen. Kassandra Eltern trennten sich vor ihrer Geburt. Ihren Vater war US-Soldat, ihn hat sie nie kennengelernt. Ihre Mutter zog in die USA um und nahm ihre Tochter nicht mit. Die wuchs bei ihren Großeltern auf einem US-Armeestützpunkt bei Stuttgart auf. Ihr Opa, ein Afroamerikaner, war Guy. Ihre Großmutter war Deutsche, arbeitete aber auch auf der Militärbasis. Steen wuchs zweisprachig auf, daheim wurde ausschließlich Englisch gesprochen. Ihre Leidenschaft für die Musik hat sie schon früh für sich entdeckt und so absolvierte sie nach ihrer Schulzeit eine klassische Gesangsausbildung. Mit der Band Freundeskreis ist Kassandra mehrere Jahre lang als Vorband der Fantastischen Vier durch Deutschland getourt. Der große Durchbruch gelang ihr aber erst durch ihre Zusammenarbeit mit Moses Bellem, der mit ihr 1999 die Band Glashaus gegründet hat. Der Song Ohne Dich wurde zum Klassiker und oft gecovert. Zehn Jahre später hat sie ihr erstes Soloalbum Darum leben wir veröffentlicht. Ihr letztes Album erschien bereits 2014. Von 2013 bis 2020 war sie mit ihrem Manager Stefan Kozian liiert. Untertitelung des ZDF. Untertitelung des ZDF für funk, 2017